Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu CitySkill1.2 Ja, wir haben zuletzt rausgefunden, dass wir für Fracht-Bahnhof-Dingens auch Verbindungen erstellen müssen. Ich wusste es, hab's dann wieder vergessen und dann wieder dran gedacht so, oh ja, stimmt, da war ja was. Aber gut. Ei, 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 ei. Oh, was ist denn hier los? Okay, hier wird zu viel am Rand geparkt, das unterbinden wir sofort mal. Mit dem wir einfach einen schönen Streifen hier hin machen. So, was ist hier das Problem? Generell, dass die Leute, wo wollen sie hin? Wenden die hier. Ich guck mal, ob es sich jetzt einfach auflöst. Und Autos despawnen einfach. Ach, ich dachte, der ist tot. Ha, sah so aus. Diesen komischen Schatten da. Aber, was wir, was ich eigentlich machen wollte. Okay, er zeigt mir meine Auflösung nicht an. Ich möchte hier mal auf alles auf hoch drehen und sehen, was passiert. Nachdem ich auch den Patch heute gekriegt habe. Schatten sehen schon besser aus. Ich habe noch einmal fast 60 FPS. Das ist positiv. Sieht das Spiel jetzt besser aus? Ah, okay. Wenn ich... Vertigo Square, denn hier lebenden Bürgern ist für lauter Aufregung ganz schwindelig. Okay, hier kommt echt viel Verkehr an. Und die wollen alle... Wohin wollt ihr eigentlich? Äh, kann ich hier irgendwo bei den Straßen den Verkehrsfluss sehen? Wenn ich hier mal anklick... Nein? Okay. Hier fließt der Verkehr super. Hier stockt der auch. Löst sich das auf? Bleibt das hier? Soll ich hier eine Straße mit mehr Spuren bauen? Habe ich das überhaupt? Könnt ihr nur maximal eine 5-spurige, asymmetrische Straße machen? Ich werde mal überlegen. Aber es scheint ja wieder zu fuppen. Und solange ich über 30 FPS habe, wird es auch klappen. Oder lasse ich das mal so hoch wie es geht? Aber... Die Bewegungsunschärfe machen wir mal aus. Und sonst... Äh... Machen wir noch Ambient Occlusion ein Stück runter? Ja, ja, okay, dann sind wir stabil über 30. Auch wenn ich hier hingucke. Äh, das ist schon fein. Okay, ich sink manchmal unter 30, wenn zu viel auf dem Bildschirm passiert. Aber... Ist schon okay. Ja, die Parkplätze sind nicht gut genutzt. So. Hier wird auf Krankenwagen gewartet. Seid ihr mixt? Ah, keine Ahnung. Aber wir haben 11.000 Einwohner fast. Ah, ist schön. Wir gehen halt ein bisschen drüber, ein bisschen Probleme fixen. Und... Hier. Und wir investieren Punkte in große Straßen. Mir reicht's. Mir reicht's. Okay, hier ist der Verkehr wieder gut. Kommt der wieder? Oder ist Rush Hour? Äh, wow. Gibt echt große Straßen. Ich kann hier nicht mal die Kapazität der Straßen eigentlich erhöhen. Habe ich da den größten Kreisverkehr drinnen? Nein. Ich mache mir den Kreisverkehr ein Stück größer. Sorry. Feld. Muss ich da ein bisschen kleiner machen. Einen größeren Kreisverkehr? Hm. So, wohin würdest du jetzt fahren? Du würdest hier runterfahren. Warum nimmst du den Weg und nicht den? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Das Pathfinding scheint nicht so ganz... Wohin fährst du? Du willst doch... Wie fährst du? Du fährst zum Corundum Condors. Und nimmst die Worst Possible Route? Ich verstehe nicht, wo er hinfährt. Oder wie er hinfährt. Okay, Rush Hour ist hier wieder. Rush Hour um 3 Uhr morgens, ja. Aber... Ich bin voll verwirrt, wie er fährt. Kann mir jemand erklären, warum? Warum fährt er so? Ich möchte noch mal... Also, sein Ziel ist da oben. Hier. Er hat es gleich geschafft, ist egal. Aber er war hier in dem Kreisverkehr. Und war also mindestens auf dieser Straße. Warum? Was ist das für ein dummes Pathfinding? Habe ich hier eine Busroute, die durchfährt? Nein. Ich würde das zur Einbahnstraße machen. Ich... Ich bin etwas perplex, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Weil die Busse können auch immer hier rum irgendwo lang fahren. Und hier hat es einen Mega-Unfall gegeben. Vier Autos involviert. Krass. Okay. Und dann können die hier rausfahren. Ich mag es auch nur einspurig. Die fahren hier einspurig raus. Ich weiß nicht, was die wollen. Wo fahren die hin? Ich reiße auf jeden Fall mal hier ab. Warum? Ich meine, ich muss hier auf jeden Fall einen größeren Kreisverkehr bauen. Bisschen Stadt fixen. Ich wollte eigentlich eine Uni bauen. Aber das kann ich mir bei meinen aktuellen Stadtproblemen wohl eher abschminken. Ich baue das auch wieder hier fix zusammen. Okay. Ihr kommt da. Fährt da jemand im Kreis? Ich möchte auf jeden Fall welche Bäume dran machen? Und mehr Rasen dran. Ich sehe durch die geparkten Autos echt nicht so viel. Aber hier flutscht es wieder ganz gut vom Verkehr her. Und hier auch. Also ich verstehe es nicht ganz. Aber es ist, was es ist. hier haben wir die höhere Schule. Die muss weichen. Wie viel verdienen wir? Ah, gut. Gut Geld. Oh, ich muss erst auch mal ein College bauen. Das College passt hier rein. Das ist gut. Gut. Was ist das für Upgrade? College Bibliothek? Oh mein Gott. Ich werde die umbauen müssen. Und das sind Erweiterungsflügel für mehr Kapazität. Wie sieht es generell mit dem Thema Bildung aus? Wir haben niemanden noch berechtigt für Uni. Grundschule. Wir brauchen eine weitere Grundschule. Das ist im Leisbahn. Machen wir. Ich mache wieder hier die Grundschule hin. Obwohl, das ist eins meiner größten Gebäude. Wisst ihr was? Dann mache ich hier die Grundschule hin. Ich habe instant vergessen, dass ich Schulen upgraden kann. Ja komm, den Spielplatz können wir uns auch leisten. Ich kann einfach fünf Spielplätze hinmachen. Kinderklinik doch, Kinderklinik wäre doch gut. Oh mein Gott. Die 10k leisten wir uns. Bildung ist aktuell so unser größtes Ding. Ich weiß, ich habe Commercial Need und so, aber sorry, nicht mehr hier. Hier ist die Grundschule. so cool. Dann alle anderen Schulstufen passen noch, oder? Ja, das sieht gut aus. Fürs College sind echt viele berechtigt. das Gebäude abgerissen. Ein bisschen Bildung hierher bringen. Oh Gott, da hinten ist wieder ein Tornado. Ich bin echt geneigt dazu. Wow, was ist hier entstanden? ist das High Density? Krass, hier passen 144 Leute rein auf Stufe 1. Sehr wild. Und hier war auch irgendwo ein Fleck. Ich glaube, hier oder hier? auf jeden Fall wir haben sehr viele Lücken. Ich hasse es. Aber was ich machen möchte oder wollte und ich hoffe, das klappt, können eine Straße prinzipiell Fußgänger vorbehalten ist, aber auch von Dienstleistungs- und Zusteller befahren werden darf. Das finde ich gut. Ich möchte hier eine Fußgängerzone mitmachen. So, Busse, könnt ihr hier noch fahren? Nein. Dann streich doch, könnt ihr. Achso, hier ist eine Einbahnstraße, deshalb. Ja, aber kann ich aber hier was dann upgraden? Nein. warum? Ich frage warum. Aber ich könnte das hier machen. Bist du ein Dienstleistungs- Auto? Natürlich, der Sportwagen Privatbesitzer transportiert da durch die Fußgängerzone einfach. Natürlich. Was ich noch gucken wollte, kann ich hier auch erleben. Nein? Das ist schade. Hässliche Fußgängerwege hier. Vielleicht ahnt ihr schon, was ich hier machen möchte. Ich werde die Bushaltestelle auf jeden Fall verlegen. Nämlich von hier nach hier. Könnt ihr auch ein Häuschen gleich hin machen. Warum hast du jetzt keine Verbindung mehr? Weil ich das Häuschen auf der Frage Warum ist es möglich auf einer Einbahnstraße ein Häuschen in die falsche Richtung zu bauen? Muss ich das verstehen? Das ist weird. Manche Dinge in Cities Skylines 2 sind einfach nur weird. So, das heißt aber auch der Bus sollte fährt einfach durch. Das ist aber auch ein gutes Wissen das zu haben. Wie fährst du eigentlich? Du fährst jetzt da hoch weil ja egal fühl mich später um das ich wollte hier nämlich aber irgendwelche anderen Probleme außer dass die da drum eingestürzt und verlassen und hohe Mieten und warten auf Leichenwagen wir verdienen noch immer 14k aber sonst nichts okay dann haben wir hier auf jeden Fall also mein Wunsch der Fußgängerzone bis bis hin also ich werde hier einfach Fußgänger eine eine ein Fußgänger Distrikt machen würde ich jetzt nennen mit dem kleinen ist das noch ein Bezirk ja ja das ist noch ein Bezirk aber nur der Innenbereich wird diesmal belegt damit ich hier schön an der Straße bleiben kann ich glaube so passt das genau Hornmühl was möchte ich hier ich möchte Bremsschwellen geschlossene Wohnanlage Recycling Straßenrand Gebühr erstmal 50 Geld was ich hier möchte ich möchte High Density hier ist so der Bereich wo dann mein High Density Life oder die People dafür im High Density Life leben sollen hier ist halt nicht so geil zu wohnen weil der hier steht wahrscheinlich könnt den aber auch einfach hier hin packen kann ich die auf jeden fall weg nehmen das Bus Depot könnte ich verlagern woanders hin oh ja ich würde es gerne verschieben und zwar hier hin oder gleich hier hin ja komm wir verschieben es hier hin was haben wir dann noch hier das Taxi Depot das Taxi Depot nehmen wir gleich mit verschieben wir auch ich nenne den liebevoll Service Bereich die Abwasser Aufbereitungsanlage muss hier bleiben da geht nichts anderes mehr und hier wird nie jemand ein ziehen oh diese Straße war vielleicht die Verbindung hier mit lebt ihr noch lebt ihr wieder sehr gut was haben wir hier durch Hochwasser zerstört kein Fußgänger Zugang ach was im Wasser hier haben wir irrsinnig großes Problem ich glaube ist hier eine Ampel ich glaube ich werde das mal zweispurig darunter machen mal sehen ob es dann besser klappt upgrade geht nein so habe ich gelernt auf reddit wenn ich es ausschalte kann ich es besser handhaben ähm ja das klappt jetzt besser aber ich glaube kreisverkehre würden hier noch immer helfen am besten hier noch kleine kreisverkehre hin die alte fabrik ein altes fabriksgebäude das zu einem luxuriösen wohnhaus umgebaut wurde es erfüllt seine bewohner mit freude das freut mich so und wenn ich euch jetzt auch noch zweispurig hochfahren lasse liebt ihr mich ne ok gut bisschen weird aber ich würde dann auch hier vier spure gehen ja komm machen wir hier eine vierte spur auf und hier auch dann geht die auf drei spure runter ja ja das passt schon und verkehrsproblem gelöst hier ist alles im green bereich nehme ich an wir haben ja echt viele ressourcen ich bin aber am überlegen ob ich das einfach weg mache oh nein nein ein Tornado in meiner Stadt nein ich schalte mal den kleinen Schutzraum frei und den Feuerwachturm ok der Tornado hat hier eine Schneise an Zerstörung und er hat meine großen Gebäude zerstört oh nein baut sich das wieder selbst auf hier sind echt viele Menschen gestorben oh nein alles nur weil ich keine Schutzräume gebaut habe warum gibt es hier einen Verkehrsstau schon wieder oh wo wollt ihr alle hin wir verlieren jetzt Geld damit muss ich leben Dienstleistungen Transport nein wo stelle ich die Busgebühren ein die werden nicht benutzt Buslinie 2 wird genutzt und die wird nur eine Haltestelle und hat viel zu viele Busse aber was habe ich da gemacht warum habe ich das gemacht kann ich die Linie bitte löschen danke ja was mir auch immer da eingefallen ist hier fracht nur zum 15 prozent 7 prozent sehr gut und plötzlich ist hier auch wieder mega viel verkehr alles ist kaputt alles mein ganzes meine ganze stadt scheitert ja gut viel geld weil weniger leute da sind ich senke mir die steuern trotzdem netter mensch bin ich gleiche die steuern auch wieder an für alles wenn alle industrien hier irgendwie gleichmäßig kommen so und hier auch alles auf 14 das wird mega weit alle runter senken prozent bei krisenzeiten muss man die steuern senken das hilft nicht deshalb siehlen sich so viele genutzt tieren an gut haben wir hier alles erledigt wie sieht es denn einwohner technisch generell aus wir haben eine negative arbeitslosigkeit das heißt wir haben zu viel jetzt hallo was kostet der schutz rom ne million im monat was und ich bräuchte 10 davon umso weiter ich im spiel voran schreite denke ich mir corusel order hat so ein bisschen vergessen was balancing heißt wir haben eine durchschnittlich hohe brandgefahr weil uns fehlt ich werde noch in eine feuerwehr investieren und zwar hier hier auf jeden fall eine feuerwehr und polizei glaube ich ist hier auch nötig auch hier am anfang perfekt ich würde mir jetzt gerne die mühe machen das wieder zurück zu bauen aber ja komm machen wir ich mache aber die faule variante so das muss reichen ok wie geht es euch jetzt eigentlich so werdet jetzt größer oh stufe 2 fast stufe 2 cool oh büro needs sind da ok hier verlassen dann lasst uns diese gebäude hier abreißen hallo ich bin im untergrund so dann werden wir hier wohl low density machen der need ist immens und ich verstehe nicht ganz woher der kommt aber it's ok i guess so leute ihr könnt alle eure geschäfte gleich schließen kann ich eigentlich damit auch ah ja kann ich quasi auch mit rechts klick machen so ich bediene mal den low density need indem ich die mal da bauen lasse innerhalb des bezirks drücken ruhe hätte was anders werden sollen wie sieht es hier aus ah ich muss hier auf neu errichten drücken ah ok noch irgendein gebäude zerstört das ich neu errichten muss wahrscheinlich nicht Touristen sind mir egal ah nee ich bin oh hier staut sich schon wieder die Residentials müssen hier weg ich weiß dass ich einen großen bedarf dafür habe aber die müssen weg auch hier alles muss weg weg hier entsteht etwas neues ich muss die leute hier erstmal außenrum umleiten sorry people baustelle was was bist du eigentlich ein Büro nur liebe Büros ihr könnt aber gerne wieder hier einziehen ich gebe euch in dem viertel den Platz genau gut was steht auf meiner Uhr oder auf meinem Plan ich möchte hier eine neue oder so quasi eine Schnellstraße durch bauen mit mehreren Abfahrten in die Bezirke rein ja und vielleicht auch eine Zuglinie in der Mitte ich nehme schon wieder eine halbe Stunde auf egal wir pausieren mal wir planen das jetzt mal wir prüfen mal ob das geht ich möchte nämlich dreispurig bauen und dann mit dem parallel werk zeug vielleicht muss ich auf vier gehen ich würde gerne mal ich baue mal so 145 Meter genau denn ich würde auch irrsinnig gerne zwei Dinge testen A kann ich hier drüber einfach den Zug bauen würde das klappen über die Schnellstraße kann ich das nicht warum nicht warum kann ich das bei anderen Straßen aber bei der Schnellstraße nicht okay egal ich würde das dann gerne hier in der Mitte haben soll so irgendwie aussehen und die Straßen die wir hier haben werden mit Lärmschutz Wänden noch versehen und das Ganze soll von da hinten hier rüber führen ohne große Abfahrt in dem Bereich und soll die Straße hier auflösen das ist der Plan das heißt die müssen auch noch weichen aber hier haben wir mal einen Grundstein dafür gelegt der war noch nicht alles denn jetzt kommt das allerschwierigste wir werden auch noch ein Stockwerk tiefer gehen ist das tief genug noch noch einen kleinen Klick das ist ein bisschen zu viel stärke ein Stückchen drunter nochmal hier so ich glaube so könnte das wirklich gut passieren ich kann ja bei den Straßen hier außen schon mal gut lang gehen bis hierhin ich mache das mal weg dann würde ich mir nämlich Hilfsstraßen schnell bauen oder eine zumindest mach das mal hier oh und hier so für die Schneise oder den ersten Part der Schneise ey ich bin wie in echt ich ich hallo bist du bitte hier das bitte so machen wie ich das sage danke so hier bis hierhin erstmal ist okay das kann so bleiben ähm dann möchte ich hallo ja ich muss den Pinsel kleiner machen ganzen Unebenheiten hier raus na komm ich weiß nämlich nie aber normal sollte das Tool genau dafür da sein ne dass ich hier alles wieder auf die gleiche Höhe mache wenn ich rechts klick mache und wenn ich das jetzt machen würde ja okay ok ok das passt schon mal wir werden das dann noch schön zuschütten und jetzt brauche ich nochmal die Testlinie hier rein das sind eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun Kästchen das heißt ungefähr hier äh habe ich hier einen Winkel ja diesmal soll es gerade werden das heißt hier ja dann wow das wird nicht mehr eine Aufgabe ich sage die ganze Zeit ich mache nur noch schnell ich mache nur noch schnell ich mache nur noch schnell während die Folge bereits beendet sein sollte ist das 90 Grad ja so ihr seht was das schöne Problem ist dass ich entweder nicht bei 90 Grad begonnen habe oder meine ganze Stadt schief gebaut ist ist halt die Frage achso ja Moment ich kann ja mich alleine hier das ist kerzen gerade das ist definitiv kerzen gerade ok und anhand dessen bauen wir Stück für Stück für Stück alles um wünscht mir viel Spaß vielen Dank fürs zugucken bis zum nächsten Mal haut rein tschüssi 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 tschüssi